Chalvea kocht. Heute Sack Chicken. Als erstes nehmen wir das Fleisch mit Paprika und dann hier eine Kurkuma-Wurzel. Ich habe einen Handschuh an, weil das Zeug färbt wie Sau. Schön fein reiben, zusammen mischen. Dann schneiden wir die Zwiebel, pressen als Knoblauch. Und hier nochmal die ganzen Zutaten. Ausgepresster Spinat, Kichererbsen, Zwiebeln, Fleisch, Knoblauch und Gewürze. Dann tun wir Öl in die Pfanne und braten das Fleisch an. Wenden und dann stellen wir das hinterher zur Seite. Jetzt kommt im Extratopf das Sarg. Kardamonkapseln, eine Nelke, guten Teelöffel Pfeffer, einen knappen Esslöffel Garam Masala. Das ist eine indische Gewürzmischung. Dann kommt da eigentlich frischer Ingwer rein, den hatte ich nicht. Also musste ich gemahlenen Ingwer nehmen. Und dann wird das Ganze erstmal schön angeröstet. Danach kommen die Zwiebeln rein, werden mit gedünstet mit noch ein bisschen Öl. Danach die Kichererbsen, sind aus einer Dose, deswegen erstmal aufwärmen. Und zum Schluss den Spinat. Mit Wasser auffüllen, sodass es gerade so bedeckt ist. Salz drauf und auch ein bisschen Knoblauch. Deckel drauf und ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde kochen lassen. Das kommt drauf an, ob man frischen Spinat nimmt oder nicht. Dann sammelt man die Gewürzkerne raus, wenn man die nicht mitpürieren will. Und dann wird püriert. Schön fein, dass das Ganze eine pumpige Masse wird. Und bis dahin ist das quasi noch ein veganes Gericht. Sehr lecker mit Reis. Und so servieren wir das jetzt auch. Wie man Reis kocht, habe ich euch in einem Extra-Video gezeigt. Sarg dazu. Und dann das Huhn obendrauf. Sehr lecker, wie gesagt. Reis und Sarg selber, nur vegan. Hervorragende Sache. Guten Appetit.